Vielen Dank, Herr Kollege Weiß. Für die Fraktion BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN spricht jetzt der Kollege Frank-Peter Kaufmann. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Nahezu alle zivilisierten Staaten auf diesem Globus haben angesichts der Corona-Pandemie den Gesundheitsschutz und damit die menschliche Solidarität mit allererster Priorität versehen, so auch wir in Deutschland und in Hessen. Das bedeutete, dass gesellschaftliche und wirtschaftliche Aktivitäten ebenso wie die meisten privaten Kontakte eingestellt werden mussten. Dies wurde uns durch Verordnungen der Regierung in Bund und Ländern zwingend vorgegeben, obwohl wir dabei sehr wohl wussten, dass die getroffenen Maßnahmen und insbesondere die Einschränkungen erhebliche negative Folgen für unser gesellschaftliches und wirtschaftliches Leben haben, Folgen, an denen wir noch lange zu tragen haben werden. Diese Prioritätensetzung war und blieb, trotz der vielfältigen Verluste an Lebensqualität, die wir alle in den letzten Wochen und Monaten in Folge des Lockdowns erlitten haben, nach Überzeugung von uns Grünen, ich nehme an, nach Überzeugung von uns allen richtig, ganz einfach, weil wir dadurch eine Vielzahl von Leben haben retten können. Wir nennen das Solidarität oder auch Zusammenhalt der Gesellschaft, wenn der eine für die andere und viele auch für wenige einstehen und dafür Opfer bringen. Meine Damen und Herren, auch wenn jetzt immer stärker das Präventionsparadoxon, ich nenne es, seine eklige Fratze zeigt, eines dürfen wir keinesfalls vergessen. Nur weil sehr viele von uns erhebliche Opfer gebracht haben und sehr viele Menschen in ihren jeweiligen Arbeitsfeldern Überobligatorisches geleistet haben, nur deshalb waren wir als Gesellschaft im Ergebnis so erfolgreich und konnten einen Kollaps des Gesundheitssystems verhindern. Wer jetzt die dafür erforderlichen Leistungen und die große gemeinschaftliche Disziplin im Nachhinein als überflüssig oder gar falsch denunziert, der verlässt damit unsere Werteordnung, er entwertet menschliche Solidarität als unbedeutend und ersetzt seine eigenen egoistischen Interessen an die erste Stelle. Obendrein wäre eine solche Aussage auch eine Geschichtsklitterung ersten Ranges. Die Entscheidungen zum Lockdown trafen auf breiten gesellschaftlichen Konsens. Ihre Notwendigkeit war unbestritten und die allermeisten Bürgerinnen und Bürger zeigten hohes individuelles Verantwortungsbewusstsein bei der alltäglichen Umsetzung der verordneten Maßnahmen. Auch ich kann mich nur dem schon vom Vorredner genannten Dank in diese Richtung vollen Herzens anschließen. Meine Damen und Herren, zu der von mir angesprochenen Werteordnung gehört meines Erachtens selbstverständlich auch, dass wir uns nunmehr ebenfalls wieder gemeinsam, also solidarisch, um die Beseitigung der Schäden und die Aufarbeitung der entstandenen Mängel und Verluste in allen Lebensbereichen kümmern. Dabei kann das Ziel nicht die bloße Reparatur sein, das heißt Zustände anzustreben, die denjenigen vor der Pandemie möglichst gleich kommen, sondern wir brauchen für positive und vor allem für nachhaltige Entwicklung von Gesellschaft und Wirtschaft neue Impulse. Die Schadensregulierung und der Aufbruch zu Neuem, um unseren Wohlstand im umfassenden Sinne zu mehren, bestimmen also gleichermaßen die jetzt verstärkt anstehende zweite Phase unserer Solidarität. Und auch hier gilt es wieder, dass es wiederum gemeinsamer Anstrengung bedarf. Somit sind alle staatlichen Ebenen, von der EU über den Bund und die Länder bis hin zu den Gemeinden aufgerufen, diesem gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Heilungsprozess eine Plattform zu geben, mit eigenen Aktivitäten Anstöße zu organisieren und letztlich auch für die Finanzierung zu sorgen. Diese von mir gesamten Gesamtaufgaben sind auch und wesentlich Gegenstand unserer heutigen Debatte. Meine Damen und Herren, zunächst möchte ich zu den Dimensionen dieser Aufgabe sprechen. Dazu ist es mir ein Bedürfnis, Worte in Erinnerung zu rufen, die wahrscheinlich nicht nur für mich eine Wegweisung für unsere Überlegungen zugleich aber auch ein Vermächtnis darstellen. Sie wurden hier in diesem Plenarsaal vor genau zwölf Wochen am 12. März 2020 gesprochen. Finanzminister Thomas Schäfer sagte uns bei der Eindruck des ersten Nachtrags, ich zitiere, Es ist mindestens eine Jahrhundertaufgabe, vor der wir stehen und bei der wir keineswegs wissen, in welcher Dynamik sie weitergeht. Er betonte weiter, es spricht sehr viel dafür, dass sich das Abtragen der Ergebnisse dieser Jahrhundertaufgabe nicht auf die Generation von Menschen beschränken wird, die jetzt verdammt ist, diese Krise durchleben zu müssen. Ich glaube, das muss uns gemeinsam bewusst sein. Meine Damen und Herren, ich bin davon überzeugt, dass wir alle heute sehr viel besser als damals verstehen, worauf er uns hinweisen wollte, nämlich auf die bislang völlig unvorstellbare Dimension der vor uns stehenden Aufgaben. Trotz der Größe dieser Aufgaben dürfen wir angesichts des vor uns stehenden aber nicht verzweifeln, sondern müssen mit Sorgfalt und Vorsicht die richtigen Maßnahmen ergreifen. Das ist keineswegs einfach und mit dem üblichen Entscheidungsraster der Politik wahrscheinlich auch nicht zu bewältigen. Hier geht es um deutlich mehr. Die Größe der Aufgabe bedingt eine große Antwort. Das ist, denke ich, mehr denn je unsere Überzeugung. Es sollte unsere gemeinsame Überzeugung sein. Meine Damen und Herren, wir wollen und schlagen Ihnen demgemäß vor, der Finanzminister hat es eingebracht, über ein Sondervermögen Hessens gute Zukunft sichern, die Wirkungen und Folgen der Corona-Pandemie zu überwinden und tatsächlich den Weg in eine gute Zukunft für Hessen zu ebnen. Das Sondervermögen, die Grunddaten sind ja bekannt, soll einen Umfang von insgesamt 12 Milliarden € umfassen. Aus ihm sollen bis Ende des Jahres 2023 Leistungen finanziert werden können und bis Ende 2050 soll es vollständig abgewickelt, das heißt, sämtliche Kredite getilgt werden. Diese Eckdaten stehen so im Antrag 2953. Für seinen Beschluss wird gemäß der gültigen Rechtslage eine Mehrheit von zwei Drittel der abstimmenden Landtagsabgeordneten benötigt. Deshalb werbe ich für die Zustimmung zu diesem Antrag, speziell auch der Opposition gegenüber, und will deshalb jetzt anschließend seine drei Elemente, die in diesem Antrag stehen, genauer betrachten. Erstens. Die Corona-Virus-Pandemie ist eine Naturkatastrophe im Sinne von Art. 141, Abs. 4 der Verfassung des Landes Hessen. Genau dies haben wir bereits vor zwölf Wochen schon einmal einstimmig im Hessischen Landtag beschlossen. Damit liegt die Ausnahmesituation des § 2 des Art. 141-Gesetzes vor. Ich denke, an dieser Bewertung kann sich bis heute nach meiner festen Überzeugung sachlich nichts geändert haben. Eher im Gegenteil. Wie ich ja schon erwähnte, ist die Dimension der Katastrophe erkennbar für alle eher deutlich größer geworden. Ich glaube nicht, dass irgendjemand hier im Haus diese Feststellungen ernsthaft bestreiten wird. Meine Damen und Herren, zweitens. Das Kreditvolumen soll deshalb auf maximal 12 Milliarden Euro darin eingeschlossen, die mit dem ersten Nachtrag 2020 bereits beschlossene Kreditsumme erhöht, aber zugleich auch klar begrenzt werden. Ja, das ist eine gewaltige Summe. Nur, wie schon angesprochen, die Aufgaben sind ebenfalls gewaltig. Darüber können wir gern in allen Details noch sprechen. Ich fürchte durchaus, dass wir eher dann dabei feststellen, dass Notwendiges übersehen, zumindest eher das als Unnötiges vorgesehen würde. Diese Summe ist wesentlicher Bestandteil des Beschlusses. Deshalb bitte ich alle diejenigen, der Kollege Marius Weiß hat es ja angesprochen aus seiner Sicht, ich bitte Sie sehr herzlich darum, wenn Sie diese Summe ver falsch halten, egal ob zu hoch oder zu niedrig, dies bitte begründet vorzutragen. Denn die weiteren Beratungen geben ja umfassende Gelegenheit, dies im Einzelnen zu überprüfen und gegebenenfalls zu korrigieren. Ich zumindest erwarte, dass es möglich ist, dass wir uns auf in Anführungszeichen die richtige Zahl werden verständigen können. Meine Damen und Herren, drittens. Schließlich ist der Tilgungsplan Bestandteil des Beschlusses. Hier lautet der Vorschlag, das wurde auch schon erwähnt, 30 Jahre, wobei der Tilgungsbeginn bereits 2021 sein soll, also bereits während noch die Leistungsperiode des Sondervermögens läuft, zunächst mit kleineren Raten, dann mit 300 Millionen € und ab 2030 für jeweils 20 Jahre, mit dann 5 % der dann bestehenden Rechtsschuld, die am Ende 2030 noch besteht. Das sind also, es wurde schon erwähnt, maximal 445 Millionen € jährlich. Wer dazu andere realistische Vorschläge machen möchte, soll dies bitte tun. Auch darüber kann man reden und kann meiner Überzeugung nach auch in dieser Frage einen Konsens erzielen, wenn man das möchte. Denn natürlich ist das Argument, das der Kollege Weiß ja schon genannt hat, dass die Dauer der Rückzahlungsperiode etwas mit der Höhe der Gesamtsumme des Kredits zu tun hat, offenkundig richtig. Was soll es auch anders sein? Und dass wir immer darauf achten müssen, dass wir es leisten können. Festhalten will ich jetzt jedenfalls noch, dass von den bis 2030 genannten Beiträgen sich um Mindestwerte handelt. Wir also bei entsprechender wirtschaftlicher Situation, wenn das passiert, wovon einige träumen, dass unsere Maßnahmen sehr wirksam sind und die Konjunktur und damit auch die Steuererträge deutlich schneller steigen und es insgesamt besser wird, dass wir natürlich dann nicht nur weniger Kredite aufnehmen müssen, sondern auch mehr zurückzahlen können. Das liegt doch auf der Hand und ist doch völlig logisch. Meine Damen und Herren, so weit möglich werden höhere Tilgungen erfolgen, wenn sie denn können. Ich möchte mich aber mit den Argumenten der Tilgungsdauer noch etwas näher befassen, weil der Kollege Weiß hat uns ja einiges dazu vorgetragen. Sie wird ja gern als bedrohliche Belastung für künftige Generationen charakterisiert. Es ist vorgesehen, dass bis zum Jahresende 2050 die gesamte Summe getilgt werden soll. Das heißt, alle Menschen, die heute nicht älter als 36 Jahre alt sind, erleben das Ende der Tilgung noch vor ihrem Eintritt ins Rentenalter. Sie tragen also über ihre Steuern zur Tilgung bei. Künftige Generationen, also diejenigen, die ab heute geboren werden, werden bis zum Eintritt des Erwerbslebens an schätzungsweise kaum mehr als zehn Jahre mit ihren Steuern dabei sein. Das kann man, von mir aus darf man sowieso, auch als eine erhebliche, aber ich meine doch zugleich als eine überschaubare Belastung betrachten. Lassen Sie mich es konkret machen. Wir müssen derzeit doch davon ausgehen, dass der Lockdown in nicht unerheblichem Umfang Arbeitsplätze faktisch vernichtet. Derzeit noch in großen Teilen durch die Kurzarbeitsregelung abgepolstert, aber die hält nicht ewig, wie wir wissen. In einigen Branchen könnte es zu Personalabbau im fünfstelligen Bereich kommen. Auch das konnten wir bereits lesen. Nach den Regeln des Kündigungsschutzrechts treffen betriebsbedingte Kündigungen genau die jüngeren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, möglicherweise obendrein in der Phase ihrer Familiengründung. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, meinen Sie nicht, dass wir in der Politik wirklich alles tun müssen, um hier Unterstützung zu leisten, Arbeitsplätze zu erhalten bzw. neue mit Perspektive zu initiieren. Das kostet Geld, aber wird doch gewiss weder als unfair noch als Verstoß gegen die Generationengerechtigkeit gewertet werden können, wenn Besitzerinnen von geretteten oder neuen Arbeitsplätzen dann aus ihren Steuern zur Finanzierung dieser Maßnahmen, die für Sie ja auch erfolgreich waren, etwas beisteuern. Überwiegend ist es also die aktuelle Generation, die diese Hilfe für die Jüngeren, aber natürlich auch zugunsten der Wiedergewinnung der Lebensqualität für sich selbst finanziert. Deshalb halten wir die vorgesehenen Regeln für das Sondervermögen auch nicht für einen Bruch mit den Zielen der Nachhaltigkeit. Wiederaufbau ist unstrittig notwendig, wenn wir eine rasche Genesung wollen. Daten dürfen wir nicht zügerlich zuwarten, sondern müssen eine Perspektive geben und klare, verlässliche Signale senden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn wir über das finanzielle Volumen des Sondervermögens reden, müssen wir die Aufgaben betrachten, die mit ihm finanziert werden sollen. Der dafür umfassend gültige Obersatz steht in Abs. 1 des § 2 des GZSG. Ich zitiere. Das Sondervermögen dient der Finanzierung der notwendigen Maßnahmen zur Beseitigung der direkten und indirekten Folgen der Corona-Virus-Pandemie und zur Verhinderung weiterer Schäden. Gegen diese Vorgabe des Gesetzes sehe ich keinen tragfähigen Einwand. Man kann immer über einzelne konkrete Maßnahmen streiten, egal ob man sie vermisst oder als überflüssig einstuft. Aber dass die Grundbeschreibung und damit der Kern unseres Vorschlags und des Gesetzes richtig ist, dazu habe ich bislang noch kein Gegenargument gehört. Ich finde auch, es wird sich keins finden lassen. Meine Damen und Herren, bei diesen Maßnahmen reden wir übrigens nur über einen Teil, immerhin einen erheblichen Teilbetrag der 12 Milliarden, nämlich gut 6,3 Milliarden. Jenseits dessen festgelegt, damit möchte ich noch einmal betonen, sind allein 5 Milliarden isoliert, und zwar bereitgestellt zur ausschließlichen Kompensation von nicht konjunkturbedingten Steuermindereinnahmen. Für andere Zwecke könnten diese Mittel gar nicht eingesetzt werden. Bei geringeren Mindereinnahmen verringerte sich die Kreditsumme an dieser Stelle entsprechend. Das ist bereits mehrfach vorgetragen worden, vorhin letztmals vom Finanzminister. Vorbehalten ist weiterhin ein Betrag von 630 Millionen € zur Abdeckung der gesetzlichen Pflichtleistungen. Wir konnten ja hören, auch dieser Betrag ist unstrittig. Meine Damen und Herren, der genannte Teilbetrag der Maßnahmen verringert sich noch einmal um die auch schon erwähnten 2,5 Milliarden €, die für die hessischen Kommunen vorgesehen und in Abstimmung mit diesen zum Einsatz kommen sollen. Verbleiben also rund 3,8 Milliarden €. Davon soll der größte Teil mit 1,8 Milliarden € als Hilfen für die Wirtschaft und eine weitere knapp ganze Milliarde €, also 1.000 Millionen € rund, für den Gesundheitsschutz und die Sicherung der sozialen und kulturellen Infrastruktur eingesetzt werden. Weitere Summen werden für die Erhaltung der staatlichen Infrastruktur und ihres Betriebs, sowie zur Abdeckung von Ertragseinbußen benötigt. Schließlich, das ist auch schon erwähnt worden, die Kofinanzierung von Bundesprogrammen ist natürlich uns auch ein Anliegen. Die sind noch in der Beratung, wie sie endgültig aussehen werden, werden wir noch erfahren. Meine Damen und Herren, alle die genannten Teile sind doch mindestens qualitativ unbestreitbar notwendig. Über ihre jeweilige Dotierung sollten und können wir uns nach meiner Überzeugung gewiss verständigen, wenn dazu allseits die erklärte Bereitschaft auch aufrechterhalten wird. Da wir heute in der ersten Lesung sind und morgen im Haushaltsausschuss die Details eingehend beraten werden, will ich an dieser Stelle sie nicht weiter ausbreiten. Spätestens zur zweiten Lesung in der kommenden Woche wird ja auch im Plenum dafür noch hinreichend Gelegenheit sein. Meine Damen und Herren, in diversen Vorgesprächen wurde immer wieder hinterfragt, und auch heute konnten wir es hören, warum der Vorschlag denn lautet, ein Sondervermögen einzurichten und nicht über einen oder weitere Nachtragshaushalte zu gehen. Die Tatsache, dass es mittlerweile etliche Bundesländer, das ist auch bereits erwähnt worden, ebenso machen, diese Tatsache will ich gar nicht besonders in den Vordergrund stellen. Allerdings könnte sie ja auch ein Hinweis sein, dass das, was hier in Hessen vorgeschlagen wird, gar nicht so abwegig ist, wenn an vielen Stellen, also unabhängig von Parteivorordnung, Farben genau das, dieser Weg als sinnvoll und geboten erachtet wird. Hauptgrund für die Einrichtung des Sondervermögens sind aus unserer Sicht die eindeutigen Vorteile, die das Sondervermögen gegenüber den Trippelschritten über Einzelhaushalte hat. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Bewältigung der Aufgaben, wie schon beschrieben, unstrittigerweise nicht in einem Jahr zu schaffen ist. Wir also mehrjährige Perspektiven für alle Beteiligten brauchen. Einzelhaushalte oder Nachträge bedeuten immer nur eine Kreditaufnahme, nach welchen Beschlüssen und welchen Wehrheiten auch immer, für das laufende Jahr. Ja, damit wäre eine sichere Finanzierungszusage in Form eines Gesamtkonzepts über den Zeitraum des Wiederaufbaus, den nenne ich einmal so, bis geplant 2023, eine solche Zusage wäre damit haushaltsrechtlich und damit auch faktisch ausgeschlossen. Gerade vor dem Hintergrund ungewisser Entwicklungen sowohl im Steueraufkommen als auch bei der Beschäftigung sprechen aber doch gewichtige Punkte aus unserer Sicht eindeutig für die Schaffung des Sondervermögens. Ich will sie noch einmal aufzählen. Erstens. Eine klare und verlässliche Perspektive für Maßnahmen und Finanzierung. Vereinbarte Planungen können dann ungehindert umgesetzt werden und müssen nicht immer darauf warten, dass ein nächster Haushaltsbeschluss gefasst wird. Das entscheidende Signal an Gesellschaft und Wirtschaft wäre es, wir geben dadurch den Menschen eine Basis für ihre Zuversicht und ihr eigenes Aufbauengagement. Genau dieses Teilchen brauchen wir. Die notwendigen flexiblen Reaktionszeiten, ein zweiter Punkt, der für das Sondervermögensbericht im Rahmen des Aufbauprozesses, werden durch kurze Entscheidungswege ermöglicht. Wir brauchen eben dann nicht jedes Mal ein neues Haushaltsaufstellungsverfahren, sondern haben eine antragsbezogene Bewilligung durch den Haushaltsausschuss. Die Aushebelung des Parlaments, die Sie zurufen, ist völlig abwegig. Ich werde es Ihnen auch noch erklären. Der dritte Punkt ist, Sie wollen das bestreiten, aber es ist ein Fakt, wir haben durch das Sondervermögen eine bessere Transparenz. Wir haben nämlich die klare Abgrenzung zwischen Corona- und non-Corona-bedingten Aufwendungen. Das wird über die ganze Dauer auch so nachvollziehbar bleiben. Jetzt kommen wir zu der Beteiligung des Haushaltsgesetzgebers. Wir haben bisher beim Haushaltsgesetzgeber, wie Sie alle wissen, die jährliche Haushaltsbeschlusslage und damit eine Vorgabe für die Ermächtigungsgrundlage für die Regierung für die Dauer eines Jahres. Wir werden jetzt unterjährige Bewilligungsvorbehalte, so sind sie im Gesetz vorgesehen, haben, sodass mehr als im normalen Haushaltsverfahren der Haushaltsgesetzgeber eingeschaltet ist und mitwirkt. Meine Damen und Herren, wichtig für eine Diskussion über diese Verfahrensweise ist doch folgender Hinweis, um es noch einmal konkret zu machen. Das gute Zukunftssicherungsgesetz bestimmt in § 8 die Einwilligung des Haushaltsausschusses als regelmäßige Voraussetzung für die Freigabe von Budgets über 10 Millionen € aus dem Sondervermögen zum Transfer in den Einzelplan des jeweilig bewirtschaftenden Ressorts. Die Entscheidung über eine Budgetfreigabe erfolgt aufgrund einer Regierungsvorlage, die für die geplante Aufwendung eine inhaltliche Zuordnung zu den im Gesetz genannten Maßnahmen und eine Begründung sowie einen Finanzierungsplan enthält. Die Abwicklung, wie ich schon sagte, erfolgt dann über die jeweiligen Ressorts. Die haushaltsrechtlichen Grundsätze der vorherigen Bewilligung und der sachlichen Spezialisierung in qualitativer wie in quantitativer Hinsicht sind mit dieser Regelung und der Beteiligung des Haushaltsausschusses als Organ des Haushaltsgesetzgebers doch zweifelsfrei erfüllt. Obendrein kann durch jede Fraktion über § 33 unserer Geschäftsordnung im Einzelfall eine Beratung und Beschlussfassung im Plenum des Landtags erlangt werden. Somit ist in diesem Zusammenhang sogar die Möglichkeit einer zweifachen Beratung der Vorlage im Landtag gegeben. Am Ende entscheidet natürlich, wie bei Haushalten stets, die Mehrheit der abgegebenen Stimmen der Abgeordneten über die Inhalte. Diese Mehrheit verantwortet ja auch gemeinsam mit den Regierungsmitgliedern politisch und rechtlich das, was im Lande geschieht. Meine Damen und Herren, deswegen halte ich, heute ist er auch wieder aufgetaucht, einen Begriff wie Blankoscheck, den man lesen konnte und den man hören konnte, für eindeutig deplatziert. Das Art. 141er-Gesetz ist keine Aufforderung zum Verlassen demokratischer Prinzipien im Verhältnis von Regierungsmehrheit und Opposition. Mein Fazit ist also eindeutig. Im Interesse aller Akteure in Gesellschaft und Wirtschaft und in den Gebietskörperschaften in Hessen ist die Einrichtung des Sondervermögens einschließlich der dazu vorgeschlagenen Verfahrensregeln richtig und nach unserer festen Überzeugung auch notwendig. Das, was wir inhaltlich hoffentlich immer noch gemeinsam wollen, lässt sich auf andere Weise, das ist unsere Überzeugung, keinesfalls besser umsetzen. Deshalb, ich sage es ganz klar, bitte ich um die Zweidrittelmehrheit, also um die notwendige Zustimmung der SPD-Fraktion in diesem Hause zu Drucksache 19-2953. Meine Damen und Herren, wie wir aus der Presse entnehmen konnten, sollen angeblich paleipolitisch-taktische Überlegungen in den Landtagsfraktionen, speziell der Opposition, in der Diskussion sein, um die Möglichkeit, die § 2 des Art. 141-Gesetzes ihnen faktisch gibt, zum eigenen Vorteil auszunutzen. Öffentlich wird das natürlich vehement bestritten. Uns geht es allen ausschließlich um die Sache. Da sage ich gut so. Aber für interne Diskussionen und in den genannten Fraktionen erlaube ich mir zum Abschluss meiner Rede heute dennoch einen kurzen Blick in die Vergangenheit, genauer gesagt in das Jahr 2013, als wir hier im Landtag das Art. 141-Gesetz beraten und verabschiedet haben. Einige Zitate möchte ich Ihnen auf den Weg mitgeben. Sie könnten vielleicht zum Nachdenken anregen oder sogar die Debatte beleben. Es war der 24. April 2013, als die erste Lesung stattfand, ich sagte Ihnen damals, Zitat, aber das zeigt doch, egal wer zu diesem Zeitpunkt regiert, dass in einer Notsituation, die sich dem Einfluss des Staates entzieht, die Regierungsmehrheit natürlich handlungsfähig sein muss, statt bei der Opposition bitte, bitte sagen zu müssen, bitte stimme mir zu. Aber genau das wollen Sie. Sie wollen die Handlungsfähigkeit einer Regierung, egal welcher, das steht zum heutigen Zeitpunkt ja noch nicht fest, kaputt machen. Das waren meine Worte damals. In derselben Sitzung hat unser damaliger SPD-Kollege Norbert Schmitt in weiser Voraussicht Folgendes ausgeführt. Ich zitiere Norbert Schmitt. Das ist die Zweidrittelmehrheit. Wir halten das für rechtlich äußerst problematisch. Sie wissen das alle. Solche Zweidrittelmehrheiten führen am Ende immer zu politischem Kuhhandel. Am Ende führen sie immer dazu, dass es um Mehrheiten geht, die nicht die Regierungsmehrheit abbilden, sondern da müssen weitere hinzugenommen werden. Die wollen dafür einen Preis haben. Bei Zweidrittelmehrheit, insbesondere wenn es um Haushaltsgestaltung geht, ist das die übliche Erfahrung. So waren die weisen Worte von Norbert Schmitt hier in diesem Hause. Als Letztes will ich Ihnen noch ein Zitat des damaligen Kollegen Alexander Noll, damals FDP, vorhalten. Er sagte uns, ich zitiere wieder, eine Zweidrittelmehrheit würde dazu führen, dass sich die Regierung mit sachfremden Zugeständnissen in einem solchen Notfall erpressen ließe. Meine Damen und Herren, allein der Umstand, dass jemand solche Überlegungen anstellt, zeigt, dass jemand auch so niederträchtig denkt, wenn er dieses Instrument in der Hand hätte. Wir denken nicht so. Worte von Alexander Noll. Liebe Kolleginnen und Kollegen von SPD und Freien Demokraten, es ist jetzt an Ihnen zu zeigen, inwieweit die ehemaligen Kollegen recht hatten oder ob die Versuchung doch zu groß ist, machtpolitischen Überlegungen den Staatspolitischen vorzuziehen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Kaufmann. Die Fraktion der FDP hat ihre Redezeit aufgesplittet. Es beginnt der Kollege Lambrou, und danach folgt der Abg. Erich Heidkamp. Herr Lambrou, Sie haben als Erster das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Mit Schulden in unvorstellbarer Höhe will die schwarz-grüne Koalition in Hessen die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie bewältigen. Das Vorhaben stößt sogar im Regierungslager auf Kritik, schrieb die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung am 7. Juni 2020. Als AfD-Landtagsfraktion sorgen wir uns um das Wohl der Bürger Hessens. Wir sorgen uns um die Arbeitsplätze in Hessen. Wir sorgen uns um die bis vor kurzem gute Finanzlage in Hessen. Wir sorgen uns um die seit Kurzem stattfindenden Alleingänge des neuen Finanzministers. Wir sind natürlich, und das möchte ich zunächst betonen, in dieser tiefen Krise bereit, grundsätzlich neuen Schulden zuzustimmen. Wir sind deshalb bereit, zuzustimmen, um all das, was uns wichtig ist, zu retten. Aber wir werden niemals einem Schuldenberg zustimmen, wie ihn die schwarz-grüne Landesregierung mit dem jetzigen Nachtragshaushalt nun auftürmen will. Den 12 Milliarden € schweren Nachtragshaushalt nutzen Sie, um unter dem Deckmantel der Corona-Krise erstens die Schuldenbremse auszuhebeln und zweitens Parteipolitik zu betreiben und viel Geld nach Gutdünken zu verteilen. Wir geben Geld aus, als gäbe es kein Morgen, stöhnt in dem bereits erwähnten Artikel der FAZ ein führender Politiker der Union. Leider wird in dem Artikel kein Name genannt, aber dieser führende Politiker weilt sicher heute unter uns, und er wird in Unionskreisen vermutlich auch nicht alleine sein. Warum wird er nicht alleine sein? Ganz einfach, laut FAZ beklagen sich gleich mehrere CDU-Abgeordnete, dass die GRÜNEN einmal wieder deutlich bevorzugt wurden. Es gibt anscheinend eine vertrauliche Liste, wo ein Teil des Nachtragshaushalts für Lieblingsprojekte der GRÜNEN ausgegeben werden soll, z.B. für Bio-Bauernhöfe oder ein Sonderprogramm für Fahrradabstellanlagen. Liebe Kollegen von der CDU, Sie wissen seit 2013 aus permanenter eigener Erfahrung, mit den GRÜNEN als Koalitionspartner findet sich immer ein utopistisches Projekt zur Weltenrettung, in dem man ein paar Millionen € versenken kann, um Hessens gute Zukunft zu sichern. Meine Damen und Herren, die Schulden von heute sind bekanntlich die Steuererhöhungen von morgen. Gegenüber den kommenden Generationen ist das eine verantwortungslose Politik der Landesregierung. Da machen wir nicht mit. Ihr sogenanntes Gute-Zukunft-Sicherungsgesetz führt zu Disziplinlosigkeit im Umgang mit Steuergeldern. Die AfD als einzige wirkliche konservative Kraft im Parlament ist sich der Verantwortung für kommende Generationen bewusst. Sie hingegen handeln nach dem Prinzip Nach uns die Sintflut. Es ist etwas faul im Lande Hessen, und das betrifft auch und vor allem die Vorgehensweise der Landesregierung. Noch beim ersten Nachtragshaushalt im März 2020 ging der leider verstorbene Dr. Thomas Schäfer mit seiner ganzen zehnjährigen Erfahrung als Finanzminister auf alle sechs Fraktionen zu. Er informierte absolut offen über alle Aspekte der geplanten Verschuldung inmitten der tiefen Krise. Seine offene und vorurteilsfreie Haltung gegenüber allen Fraktionen rechnen wir ihm hoch an. Mit einer solchen alle Fraktionen einbeziehenden Art lassen sich große Herausforderungen wesentlich besser bewältigen. Sein Nachfolger Michael Boddenberg dagegen führte zum zweiten Nachtragshaushalt in der Corona-Krise als neuer Finanzminister nur mit jenen Fraktionen Gespräche, die ihm genehm sind, soll heißen, die in sein Weltbild passen. Auf der einen Seite die demokratischen Kräfte, auf der anderen Seite die angeblichen undemokratischen Kräfte, die es auszugrenzen gilt. Doch das einzig Undemokratische ist das Vorgehen von Michael Boddenberg. Immerhin vertritt die AfD allein in Hessen fast 400.000 Wähler und in ganz Deutschland fast 6 Millionen Wähler. In einer Demokratie sollten in einer solch tiefen Krise alle Wählerinteressen berücksichtigt werden und nicht einfach vor allem in einer Krise an den Rand geschoben werden. Doch der neue Finanzminister stellt Parteipolitik wohl über solche Überlegungen. Er stellt die Regierung wohl gerne über die Rechte der Opposition, und damit stellt er aus unserer Sicht auch das finanzielle Wohl der Bürger Hessens unter das Wohl der Regierungskonditionen. Meine Damen und Herren, ein weiterer Aspekt. Es ist aktuell noch gar nicht absehbar, ob die Regierung die im Raum stehenden 12 Milliarden für die Bewältigung der Folgen der Corona-Pandemie überhaupt benötigt. Uns fehlen aktuell zu viele Informationen, um über einen solchen Zeithorizont Entscheidungen solcher Tragweite zu treffen. Anstatt gigantische Schulden auf Vorrat anzuhäufen, sollte man erst einmal abwarten, was die Steuerschätzungen im Herbst ergeben. Dann weiß man auch besser, ob die bereits ergriffenen Maßnahmen des ersten Nachtragshaushaltes eine ausreichende Wirkung erzielt haben. Alles andere ist aus unserer Sicht unseriös. Eine Darlehensermächtigung von zusätzlich 12 Milliarden Euro wird spätere Generationen mindestens bis zur Hälfte des Jahrhunderts belasten und deren Handlungsspielräume massiv einengen. Deshalb sagen wir von der AfD-Fraktion, wir sollten aktuell nur unbedingt notwendige Maßnahmen beschließen und große Entscheidungen über mehrere Jahre erst nach Vorliegen ausreichender Daten vornehmen. Diese Sicht sehen wir auch durch ein Schreiben vom 9. Juni 2020 des Hessischen Städtetages an den Vorsitzenden des Haushaltsausschusses im Hessischen Landtag bestätigt, in dem von einem Einverständnis im frühen Stadium der Corona-Krise zwischen Ministerpräsident Bouffier, Finanzminister Boddenberg und den Kommunalen Spitzenverbänden berichtet wird. Es wurde vereinbart, Absprachen über die künftigen Finanzbeziehungen zwischen Land und Gemeinden aufgrund der derzeit noch völlig unzutreichenden Datenlage erst im September 2020 zu treffen. Angenommen, wir stimmten dem Gute-Zukunft-Sicherungsgesetz jetzt zu, dann würden wir einem Sondervermögen zustimmen, was statt Sondervermögen übrigens eigentlich Sonderschulden heißen müsste. Wir würden der Regierung einen Freibrief für die nächsten vier Jahre ausstellen, das Geld der Bürger nach Gutdünken auszugeben. Denn ist das Sondervermögen erst einmal beschlossen, kann die Landesregierung weitgehend ohne parlamentarische Kontrolle, ich sage es noch einmal, weitgehend ohne parlamentarische Kontrolle durch die Opposition schalten und walten, wie es ihr gefällt. Das kommt einer Entmachtung der Opposition schon ziemlich nah. Die Corona-Krise soll, so ist unsere Beurteilung, also missbraucht werden, um sich in Finanzfragen eine Art von carte blanche ausstellen zu lassen. Die Schuldenbremse wird ganz nebenbei de facto auch noch elegant mit ausgehebelt. Ausgaben ab 10 Millionen € müssen zwar im Haushaltsausschuss abgestimmt werden, das kann aber aus unserer Sicht eine öffentliche Debatte im Parlament nicht kompensieren. Herr Finanzminister Boddenberg, über Ausgaben über 10 Millionen € muss im Parlament geredet werden. Dazu kommt, in § 8 des Gute-Zukunft-Sicherungsgesetzes steht, kann der Haushaltsausschuss wegen der Dringlichkeit und Eilbedürftigkeit einer Maßnahme für eine vorzeitige Zustimmung nicht rechtzeitig erreicht werden, ist er unverzüglich zu unterrichten. Das heißt, solange die Regierung eine Maßnahme für dringlich und eilbedürftig erachtet, wird der Haushaltsausschuss erst einmal nur darüber informiert. Eine wirkliche Kontrolle sieht anders aus. Wenn das so in Sachsen ist, dann macht es das nicht besser, Herr Finanzminister. Weil ich durch frühere Debatten zu Finanzthemen weiß, wie heiß und innig Sie doch den Bund der Steuerzahler Hessen lieben, schauen wir uns zum Ende meiner Rede einmal an, was man dort von Ihren Plänen hält. Der Bund der Steuerzahler Hessen spricht in Verbindung mit dem Sondervermögen in Höhe von 12 Milliarden € von einem, Zitat, riesigen Schattenhaushalt, der nicht im Interesse der Bürger sei. Außerdem würde ein solcher, Zitat, Blankoscheck für die nächsten Jahre den Druck reduzieren, eine weitere Neuverschuldung öffentlich zu begründen und im Parlament beschließen zu lassen. Es würden falsche Anreize hinsichtlich der Schwerpunkte im Landeshaushalt entstehen. Darunter leidet dann die Prüfung der Notwendigkeit von Ausgaben. Soweit der Bund der Steuerzahler Hessen und zur besseren Veranschaulichung der Dimension, mit der Sie den hessischen Steuerzahler hier konfrontieren. Durch Ihr Sondervermögen in Höhe von 12 Milliarden € käme es zu einem Anstieg der hessischen Schulden, und die Schuldenuhr in Hessen würde laut dem Bund der Steuerzahler um zusätzlich fast 400 € pro Sekunde in die Höhe schießen. 400 € pro Sekunde neue Schulden, meine Damen und Herren. Der aktuelle Schuldenstand beträgt in Hessen bereits jetzt 43 Milliarden € und die sogenannte Nachhaltigkeitslücke bereits knapp 80 Milliarden €. Die in Rede stehenden 12 Milliarden € Neuverschuldung sind also ein knappes Drittel der aktuell offiziellen Schuldensumme in Hessen. Das ist gigantisch. Hier von Generationengerechtigkeit zu reden, wie Sie es tun, halten wir von der AfD für blanken Hohn. Selbst in Hochkonjunkturzeiten erschien es der Landesregierung fast unmöglich, ohne die Auflösung erheblicher Rücklagen überhaupt einen ausgeglichenen Haushalt zu präsentieren. Es ist daher für uns schwer nachzuvollziehen, wie es unter den absehbaren wirtschaftlichen Schwierigkeiten in den nächsten Jahren und Jahrzehnten möglich sein soll, in 30 Jahren diese zusätzlichen Schulden in Höhe von 12 Milliarden € zu tilgen. Sie gehen von einer Rückzahlung in Höhe von bis zu 445 Millionen € pro Jahr aus. Das halten wir bei aller Fantasie für absolut unrealistisch. Herr Finanzminister Boddenberg verspricht, dass er die Kredite in Höhe von 12 Milliarden € – das hat er eben noch einmal bekräftigt – nicht in vollem Umfang ausschöpfen wird, falls man besser als erwartet durch die Krise kommt. Nur bei allem Respekt, Herr Finanzminister, wer soll Ihnen das glauben? Die GRÜNEN werden schon dafür sorgen, es in voller Höhe z.B. für Bier, Bauernhöfe oder Radwege auszugeben. Stichwort utopistische Projekte zur Weltenrettung. Damit hat die CDU seit 2013 leidvolle Erfahrungen gemacht. Die AfD wird diesem zweiten Nachtragshaushalt in Höhe von 12 Milliarden € nicht zustimmen. Der Nachtragshaushalt ist in dieser Höhe aktuell unnötig. Es ist der Versuch der Landesregierung, unter dem Deckmantel der Corona-Krise und der Hilfe für die hessischen Bürger die Schuldenbremse auszuhebeln und sich gegenüber der Opposition dauerhaft unzulässige Vorteile zu verschaffen. Dieser Nachtragshaushalt ist eine Mogelpackung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Lambrou. Nächster Redner für die Fraktion der AfD ist der Kollege Erich Heidkamp. Herr Lambrou hat Ihnen 18 Minuten und 16 Sekunden gelassen. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kolleginnen und Kollegen Abgeordnete, sehr geehrter Herr Kaufmann, Sie haben mir ja hin und wieder mal Nachhilfeunterricht angeboten. Ich habe heute wieder viel gelernt bei Ihrer Rede. Zwei Drittelmehrheiten führen zu Kuhhandel. Das soll es bei Koalitionen mit einstimmenden Mehrheiten auch geben. Das hat die CDU schon erfahren. Auf Seite 2 der Drucksache 202953 steht folgender Satz. Beim Beschluss über den ersten Nachtragshaushalt 2020 hat der Landtag im März einstimmig das Vorliegen einer besonderen Ausnahmesituation nach Art. 141 Abs. 4 der Hessischen Verfassung festgestellt. Das ist richtig. Es stimmt aber ebenfalls, dass wir als AfD und ich persönlich in meiner Rede schon damals erhebliche Bedenken und Befürchtungen geäußert haben, wegen der Gefahr einer allzu flexiblen Auslegung, Interpretationen der aus gutem Grund sehr strengen und restriktiven Bedingungen in der Verfassung und im Ausführungsgesetz zu Verbot kreditfinanzierter Schulden über die Schuldengrenze hinaus, explizit auch in der Form von Nachtragshaushalten, unter welchem Titel auch immer. Der folgende Satz in Ihrem Dokument, eine solche Situation ist nach wie vor gegeben, ist aber lediglich eine interessengesteuerte politische Interpretation der Landesregierung. Hierbei geht es immerhin um die entscheidende Grundlage für deren Antrag, über den es heute, vollkommen unabhängig von der Situation im März, unter ganz anderen Voraussetzungen und Bedingungen wieder abzustimmen gilt. Nach den anfänglichen Sirenenklängen des Finanzministeriums sind wir inzwischen heilfroh, unserem Hessen wieder in der genuinen Rolle einer kritischen Oppositionspartei dienen zu können. Herr Boddenberg, das müsste einfach sein. Die Verantwortung des Landtags ist aber heute drei Monate nach der damaligen Abstimmung um einiges größer. Je mehr wir wissen, je verantwortlicher sollten wir handeln. Die SPD, wie wir es heute schon gehört haben, und wahrscheinlich auch die FDP, wie wir es noch hören werden, werden etwas von ganz grundsätzlichen Bedenken äußern, aber der Regierung am Ende doch zu der erforderlichen Zweidrittelmehrheit verhelfen. Wir werden es heute erleben. Wir haben ja bald Wahlkampf. Wer will da in einer Demokratie schon der Bote schlechter Nachrichten sein? Die DNA des Coronavirus ist entschlüsselt. Die Entwicklung eines wirksamen Impfstoffes ist also absehbar. Die apokalyptischen Voraussagen sind nicht eingetroffen. Die Mittel und Wege, um eine akute Ansteckungsgefahr zu beherrschen, sind bekannt. Die Mortalität, die Gefährdung von Leben und Gesundheit der Menschen liegt im Bereich immer wieder vorkommender Epidemien. Es mutet schon befremdlich an, Passagiere der Lufthansa wieder in dicht bepackte Dreierreihen in die Maschinen zu färschen. Da überwiegt offensichtlich das Interesse an der Rentabilität über die Fürsorgepflicht. Für uns Abgeordnete fordern wir derweil immer noch, dass zwischen jedem von uns zwei Plätze frei bleiben müssen. Auch die beschlossene Aufhebung der Zweidrittelmehrheit aller Mitglieder des Landtags bei wichtigen Abstimmungen wie der heutigen, mutet vor diesem Hintergrund wie aus der Zeit gefallen an. Sogar Philosophen wie Richard David Kracht kommen zu der Einsicht, wir haben offensichtlich überreagiert. Wir werden uns daher in naher Zukunft einmal darüber unterhalten müssen, welche politischen und organisatorischen Fehler in der Vorbereitung und in der Abwicklung dieser absehbaren und eigentlich schon erwarteten Pandemie gemacht wurden. Welche Fehlentscheidungen haben zu den immensen negativen wirtschaftlichen und sozialen Folgen geführt? Die Rechnung wird uns heute mit diesem Antrag präsentiert. Unsere Kinder werden diese noch abstottern, wenn die nächste und übernächste Pandemie schon auf dem Weg ist. Normale Erbschaften kann man ablehnen. Dieses Sondervermögen, wenn es einmal beschlossen ist, nicht mehr. Es gehört schon Fantasie dazu, diese Kreditermächtigung als Vermögen zu betiteln. Es sind neue Schulden, kein Vermögen. Die inflationäre Verwendung des Begriffs Sondervermögen, einmal als Versorgungsrücklage, jetzt als Kredit, wie auch bei der Hessenkasse, wird das Lesen des Haushalts nicht vereinfachen. Die Abspaltung des normalen Haushalts von den Corona-bedingten Maßnahmen und Folgekosten in einem separaten Sondervermögen mag einem Buchhalter oder der Verwaltung methodisches Vergnügen bereiten. Es ist aber ein zum Scheitern verurteilter Versuch, die politische Verantwortung für Fehler der Vergangenheit nicht übernehmen zu wollen. Wir interpretieren dieses Sondervermögen viel mehr als die hessische Version der in Berlin und Brüssel sehr populären Methode der Verlagerung des Rückzahlstermins von Ausgaben für eigene Fehler auf zukünftige Generationen. Am besten auf die Enkel, denn mit den Kindern möchte man ja noch Geburtstag feiern. Womit wir bei dem wesentlichen Knackpunkt dieses Sondervermögens angekommen sind, der alleine genügt allerdings für unsere Ablehnung, es ist die Tilgung. Wir nehmen der Regierung das nicht ab. Selbst bei chinesischen Wachstumsraten für die Wirtschaft und negativen Zinsen für Jahrzehnte wäre dieser Tilgungsplan nur mit radikalen Einschnitten in den normalen Haushalten bis Mitte des Jahrhunderts zu realisieren. Dafür sehen wir keine Anzeichen, auch nicht im neuen Haushalt. Das für diesen Tilgungsplan notwendige Szenario widerspricht auch den optimistischsten Voraussagen für die nächsten Jahrzehnte. Andere Staaten haben so etwas auch schon über galoppierende Inflationen hinter sich gebracht. Das wollen wir uns aber doch sicher nicht wünschen, jedenfalls nicht darauf hinarbeiten. Das Paradies der GRÜNEN, eine Welt ohne Wachstum, könnte vor der Tür stehen. Wir fordern Sie auf, Ihre Träume nicht in diesem Landtag auszuleben. Noch nicht einmal der Haushalt 2020 war schuldenfrei. Bei einer Verschuldung von 43 Milliarden €, einer Nachhaltigkeitslücke von 80 Milliarden €, hielt es diese Regierung noch im Februar 2020 nicht für machbar, nicht für möglich, in den nächsten fünf Jahren mehr als 100 Millionen € Schulden pro Jahr abzulösen. Das ist ein uns heute lächerlich erscheinender Betrag. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Das Steuergeld kam der Regierung damals noch aus den Ohren heraus. Der Bund konnte es noch nicht einmal ausgeben aus Mangel an Planungs- und Produktionskapazitäten an ausgebildeten, arbeitsfähigen und arbeitswilligen Menschen. Die eilig herbeigelockten Zugereisten aus fernen Ländern hatten und haben leider keine oder jedenfalls die falsche Qualifikation. Das Programm ist jedenfalls nach hinten losgegangen. Jetzt sind diese Menschen in Hartz IV, und da werden sie noch lange bleiben. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Wir sprachen damals von einem Investitionsschau, das Ihnen nicht gefällt, Herr Schalauski, ist mir schon klar, von vielen Hunderten Milliarden €, wenn Deutschland jemals wieder an die Spitze der technologischen Entwicklung rücken sollte. War das alles falsch? Was hat uns dahin geführt? Technologiefeindlichkeit und nicht am Gemeinwohl, sondern an partikulare Interessen orientierte erratische Entscheidungen, die immer neue, noch teurere Eingriffe notwendig machten. Nicht wegen Corona bricht der deutschen Automobilindustrie die Basis unseres Wohlstands weg. Die Menschen bezahlten gerne 40.000 € und mehr für ein deutsches Auto. Jetzt müssen wir ihnen 6.000 € schenken, damit sie sich in Frankreich eine Batterie auf vier Rädern kaufen. Nicht wegen Corona müssen jetzt auch die Strompreise für die privaten Haushalte massiv über Steuern subventioniert werden. Wir hatten auch schon im Februar 2020 die höchsten Energiepreise der EU. Nicht wegen Corona sind wir ein Entwicklungsland bei der digitalen Versorgung und auf dem Gebiet der Informationstechnologien. Die mangelnde Hardware ist gar nicht das große Problem. Die kann man kaufen. Es geht auch nicht darum, Jugendlichen die Hausaufgaben per E-Mail nach Hause zu schicken. Es geht um eine ganz andere Organisation der Gesellschaft, der Produktion, der Pädagogik. Sie haben so nett gelächelt. Ich musste Ihnen auch zuzulächeln. Es ist nicht leid, die Besten der Welt einzuholen bei der aktuellen Dynamik. Bevor man die Schüler in die neue Welt versetzen kann, muss man wohl die Lehrer erst einmal auf den neuesten Stand bringen. Nicht wegen Corona haben wir eine sehr problematische demografische Entwicklung und einem internationalen Vergleich marodes und abgehängtes Bildungssystem. Herr Weiß, Ihr Beispiel mit den Herrn Lorz und Martin war beeindruckend. Sie hatten ja einen Faktor 2. Wenn Sie das heute einmal auf die Generation der heute Zweijährigen beziehen, müssen Sie fast einen Faktor 6 in Ihre Rechenen einfügen. Man muss sich unsere Situation einmal plastisch vorstellen. Nicht jeder denkt in Milliarden und Billionen. Ja, wenn Sie es vorgetragen haben, kann ich es doch wiederholen. Falls es hier unter uns Mütter und Väter gibt, mit zehnjährigen Kindern, dann schauen Sie denen heute Abend doch einmal in die Augen und erzählen Ihnen folgende Geschichte. Mama oder Papa haben heute ein Gesetz beschlossen über einen Kredit von 12 Milliarden. Wenn wir ganz viel sparen und jedes Jahr eine Milliarde zurückzahlen, das kriegen Sie nicht hin, dann wirst du 22 Jahre alt sein, bis wir diesen Kredit zurückgezahlt haben. Dann haben wir noch so einen alten Kredit im Schrank stehen von 43 Milliarden. Wenn wir auch für den noch hart sparen und jedes weitere Jahr eine weitere Milliarde zurückzahlen, ja, sicher, Sie wissen ja... Ich bin unheimlich erfreut, dass Sie noch diese deutschen Texte so frei reden können. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 902 Dann hast du wirklich 65 Jahre hinter dir. Versprochen, wir schaffen das. Ich weiß, es ist schwer zu verstehen, ich kann es auch einmal erklären. Aber wir hinterlassen dir leider noch ein weiteres Problem von 80 Milliarden. Damit die Menschen keine Angst bekommen, nennen sie das jetzt im Landtag eine Nachhaltigkeitslücke. Aber dafür zahlst du und deine Freunde bitte eine Milliarde pro Jahr. In 145 Jahren, Herr Boddenberg, also im Jahre 2165, hast du dann keine Verpflichtungen mehr und kannst auch du wieder einen schönen Urlaub machen wie deine Eltern und deine Großeltern. Ich erspare mir, wie Sie Ihren Kleinen Frau Wissler, hören Sie mal zu. Ich erspare mir, wie Sie Ihren Kleinen die kleinen Summen und Rückzahlungen erklären wollen, die da so in Berlin, in Brüssel und bei der EZB dann aufgelaufen sind. Das sind Billionen. Ich kann es kurz machen. Liebe Regierung und Finanzministerium, führen Sie Ihren Antrag der vorzeitigen Wiederverwertung zu. Produzieren Sie bitte einen neuen Vorschlag mit einer Tilgungsfrist von maximal zehn Jahren oder andersherum produzieren Sie einen Vorschlag, den man in maximal zehn Jahren abbezahlen kann, und zwar verbindlich. Was ist denn daran untertrieben? Wir haben drei Monate die Wirtschaft stillgelegt und jetzt wollen Sie 50 Jahre abzahlen. Das ist eine ganz neue Sache. Warum zehn Jahre? Weil es ab 2030 rapide bergab geht. Das heißt, in unserer Zeit mehr Schaden anrichten, dass man länger aufzahlen kann. Das sind Sie vollkommen, das glaube ich Ihnen sofort. Wenn Sie hier an der Regierung wären, schaffen Sie das in wenigen Monaten. Weil es ab 2030, auch laut Herrn Weiß, rapide bergab geht mit der erwerbstätigen Bevölkerung in Deutschland und in der EU, dann wären alleine aus diesem Schuldenvermögen immer noch neun Milliarden zu tilgen über zwei Jahre. Das können wir nicht verantworten. Wohin man auch schaut, angesichts der Fehlentscheidungen auf allen Ebenen, sieht es für Deutschland wahrnicht nicht gut aus. Wir hätten da einen Vorschlag für unsere deutsche Kommissionspräsidentin, Frau von der Leyen, und die deutsche Ratspräsidentschaft wahrlich ein großes Programm für die ganze EU, Arbeit statt Schulden, 50-Stunden-Woche, höchstens drei Wochen Urlaub im Jahr, Pension- und Rentenalter ab 67, ansteigend. Können Sie einmal vortragen. Mir ist das nur eingefallen, weil wir sofort vom Wiederaufbau Europas die Rede ist. Am Beispiel Deutschland kann man sehr gut lernen, wie so etwas geht. Es hat funktioniert. Mir ist noch etwas aufgefallen. 12 Milliarden Euro liquide Mittel im Kommunalwahljahr 2021. Ich bin ja froh, dass ich Sie zum Lachen bringe. Mein Gott, das ist nicht schlecht. Ja, ich bin doch lieber als weinen. Damit kann man als Regierung auftreten. Meine Herren, ich habe für Deutschland so viel Geld verdient, so viel können Sie gar nicht ausgeben. Was übrig bleibt, kann diese Regierung dann bis 2023 ausgeben. Da spricht Gewalt im Scheinland, was er gemacht hat. Wieder ein Wahljahr. Dann wird es allerdings hart zudämmen. Sie wollen ja was positiven... Moment mal, Herr Kollege Heidkamp. Das Wort hat Herr Kollege Heidkamp. Ich bitte um ein bisschen mehr Aufmerksamkeit und Ruhe. Ich danke Ihnen. Wie würden wir es machen? Die Unsicherheiten auf der Einnahme... Ich sage doch jetzt genau das Gleiche, wie eben der Herr Weiß und so weiter auch gesagt haben. Die Unsicherheiten auf der Einnahme wie auf der Ausgabenseite sind uns viel zu hoch. Wir wissen alle noch nicht, wie sich die Initiativen, Programme und Budgets auf Landes-, Bundesebene und besonders der Ebene der EU auswirken werden. Wir wissen nicht, wie schnell sich die Wirtschaft erholen wird. Die Deutschen glaube ich auch zu schnell. Deswegen muss man da Geld abziehen. Die Maßnahmen der Modernisierung der Wirtschaft und der Verwaltung müssen noch viel besser koordiniert werden zwischen Land, Bund und EU. Was ich da so an Programmen sehe, und keiner hat miteinander gesprochen, ist haarsträubend. Nach der nächsten Steuersetzung im September wird die Lage wesentlich übersichtlicher sein. Die Zeit bis September sollte und kann mit einem weiteren Nachtragshaushalt überbrückt werden. Herr Weiß, da stimmen Sie zu. Erst danach kann ein Haushalt 2021 erstellt werden. Die gesonderte Abrechnung der Corona-spezifischen Themen und Budgets halten wir für ein richtiges Verfahren. Wir würden es nur viel konsequenter organisieren, viel strenger abgrenzen. Es bringt uns nicht weiter, alte Probleme unter dem Titel Corona-Abrechnung zu wollen. Das Thema Corona würden wir im Format und im Rahmen der Nachtragshaushalte und der normalen nächsten jährlichen Haushalte belassen. Da habe ich noch etwas gelernt von dem Herrn Kaufmann, dass das für eine Entwicklung unheimlich lästig ist, jährlich einen Haushalt aufzustellen. Das war toll. Und in die parlamentarische, jährliche Kontrolle des Haushalts wichtig und ein hohes, von der Verfassung geschütztes Gut. Wir lehnen die Organisation eines auf mehrere Jahre angelegten Sondervermögens in Form einer weitreichenden Kreditermächtigung ab. Dankeschön. Applaus Dankeschön. Applaus Dankeschön. 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 Dankeschön.